So, jetzt höre ich auf zu brennen, und dann klappt's auch sofort. Just in time. Und der Sprung, der wäre ja fast... ...farsagarino gewesen. Oh, nein, okay, das schaffe ich hundertprozentig nicht. Nein! Fuck, ey! Oh, Mann, das ist aber auch so schwierig. Wie soll das gehen? Ach, toll, jetzt brenne ich wieder, ey. Ach, scheiße. Den Sprung schaffe ich auch niemals. Oh, jetzt brenne ich wieder. Hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen. Jetzt hör auf zu brennen, ey. Meine Güte. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ah. Nach der Zeit hören sie alle. Hi. Hua. Okay. Wie soll denn das gehen? Ja. Oh, 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 oh. Glaube ich zumindest. Ich glaube, oh, oh. Aber es kann doch sein, dass es nicht, oh, oh, ist. Lol. Ja. Ah, ah. Ja, 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 ja. Oh. Oh, da geht's ja noch weiter. Ach Gott. Nein. 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 Äh. Ja, fuck, ne? Scheiße. Komm schon. Fuck. Nein. So kurz vor dem Ende. Scheiße. Okay, ich versuch die Challenge wenigstens mal. Hi. Ha. Ah, scheiße. Mann. Wer denkt sich denn so schwierige Kacke aus? So, springen. Nein. Ach, komm. Lächerlich ist das, lächerlich. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht, ey. Komm, jetzt schaff ich das aber. Jetzt schaff ich das. Also, das springt aber auch so schwierig. Kann ja nicht ein kleines bisschen leichter sein. Das wär ganz nett. Das wär sogar sehr nett. Oh. Ich soll das mal mit Sneaken ausprobieren. Ich weiß, wie's funktioniert. Ich weiß, wie's funktioniert, aber... ...an der Umsetzung mangelt es ein wenig. Nein. Nein. Oh, jetzt leide ich darüber, ey. Das ist doch scheiße. Öh, voll die scheiß Map. Nein. Das war so knapp. Fuck, ey. Ja, okay, dann versuchen wir's weiter. Wir versuchen es weiter. Wir haben ja nichts zu verlieren. Außer Zeit und Nerven. Alter. Wie soll der Sprung denn gehen? Der ist doch logisch unmöglich. So, 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 so. Ey, 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 ey. Ne, das geht nicht. Das, das geht nicht. Das ist unmöglich, dieser Sprung. Ich wette, dieser Sprung ist nicht machbar. Also nicht dieser hier, der ist ja ganz gut machbar, aber der hier bis dahin, weil die Decke da im Weg ist. Das geht nicht. Außer ich soll irgendwo anders hinspringen, was ich allerdings nicht glaube. Dahin, ne, das ist viel zu weit. Da unten ist auch zu weit. Das ist für die einzige logische Option, aber das geht nicht. Also, da könnt ihr mir erzählen, was ihr... Au, au, au. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, also... Ne, das geht nicht. Ne. Ich versuche es jetzt noch ein paar Mal, aber... Das funktioniert nicht. Und das wird auch nicht funktionieren. Boah, jetzt hier schon so Speedrun-mäßig. Ne, das geht nicht. Weil da sind zwei Plätze... Wir sind zwei Blöcke dazwischen. Und... Wenn die Leiter ein tiefer wäre, dann würde es, glaube ich, gehen. Aber so geht das auf keinen Fall. Weil so scheiße ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich da jetzt, ne? Ich könnte ja... Boah, das könnte man so machen, ne? Game... Mode... Alter! Game Mode 1. Und dann... Mache ich einfach mal den hier. So. Das ist... Das erachte ich als fair. Game Mode... Ach, komm, was ist mit dem Tippen los, ey? Ist ja nicht so, als ob ich meine Tastatur gewechselt hätte oder so. Ne, hab ich eigentlich gar nicht. Aber... Man kann ja immer schön schwätzen. Du bist so ein Schwätzer. Hihihi. Komm. So. Jetzt sollte der Sprung aber schaffbar sein. Ei, ei, ei. Oh Gott. Okay, geschafft. Ah, ne, kist war schon leer. Oh! Nein! Das ist aber schon vorne. Das finde ich richtig doll. Das ist richtig ponderös. Ey, ey. Boah! Super! echt echt toll hier na komm komm scheiße soll ich ein bisschen mehr konzentrieren konzentration fuyu konzentration fuyu und ich sollte mal so konzentriert sein wie so ein asiatischer mönch dann würde ich es ja auch schaffen aber naja ich bin so konzentriert wie ein schüler an der letzte stunde des tages volle kanne natürlich ist man total noch interessiert so geschafft geschafft der sprung ist einfach nur hausefug ist es possible ein don't think this is possible course keine ahnung ja wenn ihr denkt dass es machbar dann schickt mir die videoantwort oder so so ist auch nicht geil so einfach gemacht nee so kann trotzdem unterfallen ja nein ho 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 oh hier brennt und das ist es liegt das ist es wo du denkst das ist es und 3 das ist es noch relativ schaffbar hier nachdem ich den sprung da ausgemärzt habe ist das aber schwierig so jetzt hier rauf dann darauf alles ganz easy hier so dann mach ich das jetzt mal ein bisschen modifizieren das ist diese scheiß hitbox von der leiter das ist aber auch nicht repariert bekommen nach all den jahren immer noch nicht so ist game mode 1 so weg damit das letzte mal da unten ran schmeißen wir in die lava slash game mode 2 wird ja rein technisch auch genauer gott nach all den versuchten kann ich ja mal schaffen in die lava fallen macht spaß das kann ich jetzt aber auch los komm wir müssen an die pappbecher glauben denn wenn wir an die pappbecher glauben dann können wir diese challenge hier schaffen der sprung der kitzelt aber auch noch die letzten skill reserven aus mir heraus ist unglaublich wie schwer der sprung ist das heißt es geht eigentlich es geht eigentlich das ist nicht hoch danke so also jetzt nicht die map die ist eigentlich ganz cool ab die map ist scheiße nein ja es ist nur jemals nicht für die für die einfachen leute gemacht also nicht für irgendwelche bauen oder so nee sondern für richtige pro skiller könige ja für den shooter king so darauf ja also hörte auf zu sprinten zum bobby so ein schmuchtel auf und spiel ich einfach so ein bisschen zermürbend ich weiß auch nicht inwieweit das interessant ist als zuschauer aber ich will das jetzt nicht schaffen ich habe ja schon hier in so einer advanced edition deswegen sollte neue updates sind verfügbar toll ich habe ja schon so eine advanced edition deswegen will ich das wenigstens schon schaffen ich bin ja auch kurz davor ja das zählt das zählt 100 prozentig das zählt 1000 prozentig fuck jetzt muss ich das ja noch schaffen wie mache ich das denn jetzt lol äh hallo hallo Feuerwehr na gut schmeißen wir die Dinge erstmal wieder weg ach komm machen wir die schnelle Methode